Hi Leute und willkommen zurück zu Shine & Resonance Reframe. Wir wollen uns jetzt auf den Weg machen nach Fort... Wie hieß das? Äh... Gral, um da herauszufinden, was Georg da jetzt wirklich treibt. Ich loote hier erst noch ein bisschen und dann... Gehen wir da hin. Nein, gar nicht. Okay... Da sollen wir hier nur die zwei großen Fettel... Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Lass mich in Ruhe, wenn ich geradeaus zugehe. Oh, doch nicht. Oh... Harte Bewachen... Wachung aufgestellt hier. Ist die nicht warm in der Wüste? Ist die nicht warm in der Wüste? Das ist ihre Basis. Sie sieht, dass die Sicherheit ziemlich tief ist. Wir können nicht viel von hier ausführen. Der Traitor Excella ist hier! Nach ihr! Lass sie weg! Der Traitor Excella! Das sind Beatrice und Excella! Was tun sie hier? Was ist da passiert? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, wir gehen da hinterher, was ist schon klar. Party! Das kann ich. Lasst mich da rein, lasst mich da rein, lasst mich da rein. Verarschen mich. Ach, die sind weggelaufen. Ich dachte, die wollten da rein... Von da komme ich. Aus der Richtung komme ich hier, Naps? Was? Ich würde mich doch verarschen. Aus der Richtung bin ich doch gerade gekommen, ey. Noch ein weiter runter. Oh, hi. Oh, hi. Um... We may be in trouble. Enemy approaching. The enemy is approaching. Enemy approaching. Hutt stop. Stand front. We've been spotted. I can walk around because I'm stupid. I can't believe. But that's why I was smart. I can't believe I can't believe I am. I can't believe I am not lying. I am not lying about it. I can't believe I am lying. I don't believe I am lying about it. We'll come out of the way as we have a way to help you. Die beiden hatten doch... Ja, die beiden haben... 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 Ja... Ja Ja, das ist怎樣... Das war's für mich. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was war denn das jetzt schon wieder? Einfach mal nicht machen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Fascht mich? Hallo? Kann da noch so ein random Dude in mich rein? Mir egal. Warum sind die jetzt auf einmal weg? Nein. Ich verstehe. 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 Ich wollte es glauben. Ich wollte es glauben. Ich wollte es nicht glauben. Also erzähl uns was passiert. In deinen eigenen Worten. Ich verstehe. Jetzt kennen wir ihre Backstory. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Es ist ein Liefer. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich gehe. Ich versuchte in die Armonie. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin sicher. Der Dark Elf hat uns verletzt. Der Dark Elf hat versucht, um die Armonik zu holen. Wir können nicht in ihrer Art. Eine Frau kann nur so viele Blöcke und Insultate bevor sie beginnt zu fragen, warum sie bei uns bleibt. Ich hatte Angst. Ich wollte nur die Armonik zu holen. Nach allem... mein bester Freund wird eine von ihnen gewaltt. Aber ich bin ein Dark Elf. Ich bin ein Traitor. Lieber. Thief. Warum sollte ich noch etwas anderes erwarten? Ich kann nicht mehr so leben. Wenn ich das ganze Leben erwartete, dann habe ich sie zurückgebracht. Sie haben mich abgeholt, aber ich bin frei und weg. Du kennst das, was danach passiert? Ich habe nichts zu sagen, was sie gesagt haben, als ich weg war. Ich werde dich zu verletzen. Na ja. Und jetzt hast du es. Das Tipo ist es... nicht wie ich eine Merde um zu ziehen. Die Bauten wird ein BlöckeDIeyen. Aber eigentlich Frankreich ermitteln. Ich denke, ich sollte runter. Beatrice. Entschuldigung, seine Herr Junge. Ich hoffe, sie können seinen Vater verletzen. Pacht Bene. Rina? K-Puhr... Danke. Was? Ich wusste. Ich wusste, dass du nie so tun würdest. Aber ich hatte so Angst, dass du dich vertraut hast. Du hast einfach vergesst. Und ich wusste nicht, dass du die Wahrheit erzählst. Also, ich... Ich versuchte dich. Ich versuchte mich wirklich, dass du uns schiefst. Und jetzt, dass ich das passiert habe, ich... Ich glaube dich. Ich muss dich. Selbst wenn es keine Begriffe ist, ich weiß, dass wir falsch sind. Und ich... Und Frau Kirika, wir... Wir lieben dich. Wir werden niemals noch einen Freund wie dich. Ich bin sorry. Ich bin so sorry. Ich war so cruel für dich. Bantress, ich... Und ich... Ich glaubte dich. Und... Du auch. Hey, komm mal. Es ist alles in der Vergangenheit jetzt. Du musst dich nicht überlegen. Ich bin froh, dass ich zu hören habe, wie du zwei eigentlich fühlst. Also... Frau Kirika... Rina... Ich will nur sagen... Danke. 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 Und. Danke. 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 Der Lappdorf stirbt, um seine Mäste zu retten. Es wäre ein Schade, sie zu schädigen zu haben. Trissula! Geiborg! Rungnir! Geh sie alle! Lass ihn mit mir. Kill all! Stop, bitte! W-What are you saying? You're the Draco Machina, aren't you? You're supposed to be... ...Legend. Beatrice! She is your master. Princesa... ...Excella. What kind of legend betrays their master? ...Masked. Huh? Three Spears, hear my call! No, Gjörg! Three Spears! You still don't see? Fool. They are not just the Three Spears. They are my friends! Prepare yourself, Gjörg! My vengeance has come! Wait. Your Highness. You have to go. We'll take him down. We- Gjörg... ...is our a- Farewell. Behold! We are... ...The Draco Machina! ...Together now. Let's end this! I am... ...Ready... ...As am I... ...Even if... ...It costs our lives! This... ...Is where you fall! You fools! I am more than you shall ever be! I am more than you shall ever be! VTF. Aah! Beatrice! Why? Is everyone alright? We're okay. Yeah. Das war... Das ist... Exxella! Yuma, sie ist... Du bist richtig! Exxella, warte! Wie ist sie? Sie ist schuld. Das war eine Schmerzung. Jörg war gerade in der Mitte. Es könnte nicht sein, was sie... Agnum. Was? Beatrice und Draco Machina waren auch in der Mitte. Schau mal, was du sagst. Entschuldigung. Was war das? Was hat Explodiert. Schau! Ach, wozu gibt's diese... Rückkehrsteine, wenn man die nicht benutzen darf? Nur damit sie noch zwei Gutteens oder so zeigen können. Es ist schuld. 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 Wir sind in drei Interessen. Es ist schuld. Wer fangt sonst hier rein? Oh Gott. Ja. Das wollte ich nicht. Ich schwöre. Er hat mich eine Sekunde vorher. Das geht durch irgendwie. Nicht jetzt? Ja, noch nicht. Ja. 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 Wenn ich mich aufhören, dann kann ich mich nicht mehr so sehen. Wenn ich mich nicht mehr so sehen will, dann kann ich mich nicht mehr so sehen. Ah... Kirika. Yuma? Ich kann nicht vorstellen, was du durchfälligst. Seitdem... Ja. Ich habe immer noch nie gedacht, dass wir einen Tag machen können. Und ich glaube, wir haben. Aber jetzt... Jetzt ist sie... Ich hatte so viel zu erzählen. Jetzt ist sie weg. Ich... Ich fühle mich etwas wie das, als meine Mutter stirbt. Es fühle mich, als ich mich verletzt wurde. Ich wollte nur mehr Zeit mit ihr. Ich wollte mit ihr spielen, mit ihr sprechen, sogar mit ihr leben. Unsere Leben ist nicht unsere allein. Sie sind zu uns, die Menschen, die wir lieben, und alle Menschen in unserem Zukunft. Ich denke, das ist das Ziel der Leben. Dass es für alle, die wir uns verletzieren. Vielleicht ist es das Kraft des Dramatischen Dramatischen. Alle anderen als Dramatischen Dramatischen Dramatischen. Vielleicht ist das, warum wir das alles haben. Um uns zu schützen. Um zu schützen. Vielleicht hast du recht. Wir haben das Recht, um diese Welt zu schützen. Wir haben das Recht, um sie zu schützen. Und alle, die sie nach Hause. Kirika, für Beatrice und alle anderen. Wir können nicht aufzunehmen. Ja. Wir werden zusammen. Wir werden uns kämpfen. Okay, mal ein Benson. Okay, jetzt wollen wir dann wieder oben hin, ja, geil, ähm, ja, da werde ich denn so offscreen hinlaufen, damit wir es das nicht nochmal geben müssen im Video, dann sehen wir uns nochmal oben bei der Festung, ciao Leute.